Wieso Trump die Präsidentschaftswahlen 2016 gewinnen wird? Er wird ohne Frage der größte und mächtigste Präsident, den die Vereinigten Staaten von Amerika jemals gesehen haben. Obwohl, na gut, immerhin ist er körperlich größer als Abraham Lincoln, mit Stelzen und Zylinder. Ich werde wirklich alles great again machen. Zum Beispiel dieses mittelklassige Auto. Nicht nur great, auch grün werde ich alles machen. Und deshalb wird es mit mir auf allen Straßen grüne Wellen geben. Und nicht nur great again, auch fast again. Dafür wird an allen Supermarktkassen eine fast lane eingeführt. Haben Sie das mit dem Abgas-Skandal mitbekommen? Mit mir wird es das nicht mehr geben. Ich mache VW wieder great again. Yes, I can. Ich mache nicht nur alles greater und besser again. Ich mache sogar diesen Brokkoli wieder lecker again. Yummy. Falls Sie sich fragen, wie man es schafft, alles so groß zu machen. Die Antwort ist, man muss bei sich selber anfangen und alles geben. Ich zum Beispiel mache sogar mein Großgrößer-Again. Nein. That's what I call great. Abonnieren Sie diesen Kanal. Die nächsten Videos werden wieder normal. Und auch ein Daumen nach oben eignet sich durchaus zum... Abonnieren. Nein. Nein. Nein.